ein neuer tag ein neuer booster folge 877 ja es geht auch langsam richtung ende des displays paar booster haben wir noch aber eben auch nicht mehr viel und wir haben im letzten booster jetzt auch die ersten doppelten karten gehabt ja und dann nicht nur eine sondern gleich ich glaube drei oder vier waren doppelt insgesamt ja mal schauen wie es weitergeht fanatical over hiyoko shira nui flair kommen karte hier dann geht es weiter mit beliebe auf spring momo zu zu nene morning race shishiro botan violent cat making aki rose wir haben eine climax eine climax rea gaming on a day off was auch ein geiles artwork gefällt mir richtig gut schade dass die nicht wo ist also ich meine es ist ja eine climax rea aber leider kein homo effekt mit dabei so dann haben wir jetzt hier die erste ankamen art maru omarupolka minato aqua auch wieder eine ankamen nekomata ok you ebenfalls ankamen und die letzte karte heute die sieht aber schön aus okay in rea mega mega nice mag zwar nichts besonderes sein aber schaut euch mal die karte an hier auch wieder der holo effekt im hintergrund und dann die figuren die matt gehalten sind und der rest der karte ist glänzend echt ein wunderschöner also bei diesem sammelkarten spiel da sehen auch die rare karten eben wunderschön aus bedanke ich mich bei euch wieder fürs zuschauen und wenn ihr wollt dann sehen wir uns wenn ihr kommt dann sehen wir uns mal bei euch wie wichtig ich 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 Untertitelung des ZDF, 2020